Jetzt habe ich den Raum quasi fürs Lager vorbereitet. Jetzt muss ich nur noch aushöhlen. So, ist das immer noch die richtige Richtung? Ja. Nein, das hat wehgetan. Nein, 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 nein. Alles gut. Das war nur so ein Glücksschrei, weil dieser Bohrer einfach so geil ist. Verschneiden. Gut, die Tür geht nicht auf, wenn sie nach außen aufgeht und man davor steht. Ähm, weil du hast ja fast kein Zeug mehr hier zum Arbeiten. Ach, du hast ja nur noch 48 Iron Ore. Oh Gott. Du willst nur damit arbeiten können, wenn du nicht einmal einen 64er Stack voll hast. So, jetzt hast du wieder einen 64er Stack voll. Schönen Tag. Oh, ein kranker Scheiß. Und schon wieder acht Kies für noch Obbe. Ups, jetzt habe ich doch glatt die Pflanze eingesammelt. Voll machen. Das war jetzt aber nicht im Plan. Ähm. So. Leichte Überforderung. Wieso? Volles Inventar. Von nirgendwo am Platz ist los zu werden. Ja, ich bin dabei. Okay. Das wird sich sehr, sehr bald ändern. Jetzt hier auch. So. Immerhin hat sich hier jetzt schon mal so ein bisschen Halle. Hinter dem Eingang. Da oben ist ein Loch in der Decke. Das gefällt mir herzlich wenig. So. Iron. Iron, 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 iron. Äh. Hä? 10. Mitnehmen wir auch ganz gut. Ja. Pog. Wieder ein Loch in der Decke. So. Wie stelle ich mir denn das hier schon wieder vor? Ja, hier mal... Wie zu viel Krempel haben wir hier einfach. Ja. Mal überlegen, wie ich mir das mit dem Lager hier vorstelle, dass man nicht wieder einfach irgendwie einen ewig langen Gang hat, sondern dass es irgendwie vielleicht einigermaßen kompakt hält. Hm. Das ist ja nur die Frage, wie... ...hab ich denn... ...ja... ...einfach mal hier... ...ein paar Drohnen bauen. Hier noch Holz einstecken. Hier schon mal ein paar Drohnen stellen kann, um dann zu gucken, wo ich hier die Platz habe. Während oben schon wieder die Armee läuft. Ja. Verrückt. Was ist das? Das ist verrückt. Was hat auch eigentlich noch... Hallo? Was kommt runter? Was kommt runter? Ich glaube, das haben wir gehört. Ach du Scheiße. Ähm... Na gut, ich bin jetzt nur senst. Da wollte ich doch gerade Wasser holen. Mir ist gerade eingefallen, ähm... Na, ich hack hier so fröhlich, obwohl ich höre, dass da eine Armee über unseren Kopf zieht und dann seh ich oben in der Ecke, jetzt in diesem Moment, Tag 27 Uhr... Oh. Mutig. Fimter war ja was. Hm. Kannst du auch gessen? Ja, da rechnet man nicht so mit, wenn man es eigentlich schon hinter sich hatte. Wenn man eigentlich schon hinter sich hatte, genau. Hm, dann macht das vielleicht später. Hm? Ja, dann ist jetzt hier mit Lager weiter ausbauen eigentlich auch gerade erst mal wieder Pause. Das ist aber ärgerlich. Ich war jetzt kurz davor, dass wir die ersten Truhen hätte stellen können. Ist sehr ärgerlich, hä? Ich meine, das ist jetzt irgendwie noch nicht die offizielle Armee, weil keine Hunde, kein Gesumme. Hm. Noch undetektet. Hm. Ja. Hat eben mal kurz senst gewesen, weil ich hier rumrandaliert habe, aber ansonsten... Na, da müssen wir sowieso erst noch mal überlegen. Ich weiß noch nicht, wie ich das hier haben will. Hoppla. Trouble, dribbel, dribbel. Eigentlich kommt die ja auch erst später. Ja. Für die offizielle Horde. Wenn sie kommt, beim letzten Mal wollte sie ja nicht. Vielleicht ist dem Spiel das aufgefallen, hat sich deswegen gesagt, oh, da fang ich nochmal von vorne an. Das war ja letztes Jahr. Das kann sein. Nix. Lassen Sie das. Entschuldigung, ich hätte mich einsam gefühlt. Schrecklich. So. Auch nett, dass das so schnell auseinanderfällt. Na, komm schon. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Alles hier hübsch mit den zwei Safes da oben. Was ist das? Mit den zwei Safes da oben ist ja hübsch. Ja. Ne? Das ist ja... Interessant. Kaum übertrieben oder so. Ja, ich dachte mir, wie krieg ich denn jetzt hier in meinen Eingang noch symbolisiert, dass das das Lager wird. Da hab ich gesagt, hm, mit Safes. Weil die großen Holzkisten draufstellen, fand ich das logisch. Ja. Und ich sag mal, gut, das hat jetzt vier Eisenbahnen gekostet, gebe ich zu. Ja. Ja. Jeweils. Aber ich hab ja dann dafür auch den 64er Stack Eisen, der hat's wieder voll gemacht. Gesehen. Also, ja. Dass es mir da keine Klagen gibt. So. Dem Zeug haben wir echt genug mittlerweile. Du Scheiße, wirst du den da unten nicht wirklich lagen. Oh, ist das auch... Da unten nochmal gucken, wie das ganze Lager... Der ganze Lagerraum, den ich hier baue, ist unten drunter hohl. Also hier einfach... So, drunter noch die Erze abbauen. Da trappelt schon die nächste Tour rum. Da ist das noch die gleiche. Der ist grad gar nicht so. Ja, ein bisschen. Ja, es ist halt schon gleich halb zehn jetzt, ähm... Hm. Möchte ich langsam dann doch erstmal aufhören hier mit Randale. Weil... Erfahrungsgemäß ist man in der siebten Nacht... Umgehend... Gehuntet, sobald man sich auch noch irgendwie bewegt. Hm. Also mal ein bisschen Algenohr loswerden. Naja. Mach du nur. Ah. Leider Kohle ist ja weniger geworden, das kann ich nicht beweisen. Achja, ich hab mir hier Kisten gewascht. Hm. Hä? Hatt' ich grade das... ...dass die, äh, die Kohle auf ein Stack reduziert. Hehehehe. Okay, mehr schon wieder so ein halbes Stack da rein. Ah, ein Drittel. Fast ein halbes. Das war nur noch 23, oder? 27. 27, ja, okay. Und ne, fast ein halbes. Ähm, die... Geh, dann. Da rein. Da rein. Die, mach ich jetzt mit den Kisten. Was, warum soll... Hm. Hehehehe. Oh. Oh, nicht. Oh. Oh, gut. Bandits time. Das ist so bescheuert. Hör auf hier mit der Nagelpistole rumzuschießen. Die hören das doch. Das ist doch hier Holz, das muss doch festgemacht werden. Doch. Ich möchte das Ding wieder nicht auf mich. Wieso hast du Angst? Hehehehe. Hehehe. 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 Du weißt nicht, was ich gerade exakt im Visier habe. Hehehe. Hehehe. Ich auch. Hehehe. 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 Ich bin nochmal gespannt, ob die aus der richtigen Richtung kommen, um in deine Mino zu rennen und ob uns dann hier oben alles einpricht. Ja. Hehehe. Aber scheiße, ich habe Hunger. Das ist ein sau ungünstiger Zeitpunkt. Hehehe. Noch geht's. Hehehe. Ich habe gar nichts zu essen mit. Das ist auch blöd. Zu essen mit? Ich habe gar nichts zu essen mit. Bist du jetzt spazieren gegangen? Nee, aber halt einfach gar. Aber ich habe 20. Habe ich gerade gesehen, ja. Hab ich schon mal einen. Ach, Golden Routique gibt's. Auch. Sehr schön. Oh. Eigentlich war ja völlig leer. Hübsche Axt haben sie da. Danke. Hm. Undetectal. Ja. Ja. ich guck mal, ob das wirkt. Es ist zufällig. Ich guck mal, das wirkt zufällig. Mach's bitte. Ja, wie sie Sport. Ah, verstehe. Ja, so wie sie, wie sie Workout, ne. Hier, oder? Makedo Workout. Ja. Ja, ja. Ah, und dabei ist es einfach so. zu sehen wie mein eine Gesundheit ein bisschen nach oben steigt das ist schon wieder ein bisschen öde gerade das macht meinen Munitionsstand oh der wird knapp oh das ist ja zu knapp ich mach zu knapp wenn sie keine Schokoladenpatronen gemacht haben bin ich hier falsch ach du scheiße da hat aber einer bisschen Muni gemacht bisschen hab auch bisschen was gefunden so ein bisschen was da ja von der großen könnte man auch wie sie mehr machen ok weil das ist das was ich in Zukunft am besten verbraten werde und am meisten ich 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 ja das ist irgendwie wieder blau das gleiche könnte natürlich nichts passiert ja ich bin gerade überlegt das jetzt auch recht bald heller werden sollte und das machen im Moment ist ja noch nicht viel los das ist halt wenn dann plötzlich die Armee angerannt kommt ja ja guckste blöde ja ich glaube ich habe mich jetzt nach Möglichkeiten soweit es ähm von meiner Wellness her machbar war hochgeheilt ich höre noch immer nix gesumseln nix gebelle ich höre noch immer nix gesumseln nix gebelle das ist sechs uhr das ist sechs uhr okay komm mit nix mehr da da hinten tabelt was da tabelt was da tabelt was da 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 komm und zwei weiter schön synchron ich glaube immer noch irgendwas irgendwo rum ich glaube vom Berg her da da komm jetzt auch irgendwo 7 Uhr da kommt schon wieder nix mehr heut 7 Uhr in dem Gelände geht gleich die Sonne auf und dann warstet ich halte noch bisschen Wache wachsache wachsache falls doch noch einer vorbeikommt der auf die Mütze haben will ja ach aber ich glaube da hoffe ich umsonst ich höre doch was ich höre doch was es wird mehr es wird mehr aber es kann doch durch das allseits bekannte Phantomtrippeln sein mhm jetzt höre ich nix mehr oh jetzt rüppelt wieder was oh da nicht schießen oh das rennt dabei schnell das kriege ich wo es wird wasser mhm dann muss ich jetzt schießen hat das guten Blut dabei denn man muss sich ja um sowas kümmern während andere Leute nur dumm auf Steinen rumstehen und die Munition in die Gegend verballern da er hat da kommt nichts mehr da kommt nichts mehr ja brachte ja